Zuerst PC, dann Smartphones und nun auch Playstation. Among Us erscheint noch dieses Jahr für die Konsolen Playstation 4 und Playstation 5. Ein genaues Release-Datum gibt es noch nicht. Die Entwickler haben schon bestätigt, dass es aber dieses Jahr noch rauskommen soll. Ob es was kosten wird, wissen wir jetzt auch noch nicht. Was sicher ist, es kriegt einen Rage in the Clank Skin. Also wenn man sich das Spiel dann holt, gibt es einen Rage in the Clank Skin dazu. Rein kosmetische Sache. Ansonsten ist es die gleiche Version wie auf PC und Smartphones. Cross-Plattform weiß man auch noch nicht. Aber sobald ich Infos habe, schreibe ich es unten in die Kommentare als kleines Update. Holt ihr euch Amangas für die Playstation? Habt ihr es auf PC gespielt oder überhaupt nicht euer Spiel? Schreibt es in die Kommentare. Bis zum nächsten Mal.